Hallo und Willkommen zu einer neuen Runde. Wir sind alle wieder gut drauf und wir haben echt Bock jetzt. Erik hat in der letzten Folge am Ende gewonnen und das war mehr als unverdient. Was? Was? Erik ist ein kleiner Spasti. Was? Was? Erik wird von 100 aus dieser Runde entfernt. Was? Was? Viel Spaß zu dir in Social Justice. Was los, Alter? Was? Was? Oh mein Gott, ich hätte doch leben können, Alter. Alter, bleib doch stehen jetzt. Ich kann doch... 14. Ja, 15, 15. Ja, hier, Pan, 15. Ja, komm, komm, mach. Oh nein. Oh nein, wehe. Ach, scheiße. Pan hat zwei Teamkarten. Pass auf, Erik. Pan hat zwei Teamkarten. Mit Sicherheit. Hat sie, hat sie. Macht sie jetzt. Macht sie jetzt. Bitte nicht. Erik kann bestimmt dagegen liegen. Oh, Glück gehabt. Oh, Glück gehabt, Tobi. Danke, Mann. Oh, ja, geil. Danke, Tobi. Mach rot, Pan. Danke. Ja, geil, blau. Nice, nice, nice. Das war super, hat mich gerettet. Danke, Pan, das ist echt nett von dir. Oh, der Erik, der Erik. Oh, 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 oh. Vorne er, hinten. Ja, danke. Das ist nicht gut. Aber, Tobi, was soll das? Entschuldigung. Tobi, kannst du theoretisch, oder Pan, könntest du, Tobi, kannst du theoretisch, kannst du verlängern? Was für eine? Was? Dein Penus oder was? Nein, aber leg. Oh, schade. Aber ich könnte das hier machen, vielleicht hilft das was. Nein, das ist genau die... Oh, nein, er hat natürlich genau eine 3, Alter. Okay, aber das heißt, er hat auch kein Blau. Das ist aber gut. Ähm, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was soll ich nehmen? Ist egal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Uuuuh. Ist egal. Okay, dann hast du eine geile Karte. Ja, voll. Jawoll, Alter. Nein, kann er nicht. Doch, kann er. Nein, kann er nicht. Kann er nicht. Oh, Gott sei Dank. Schade. Ich schade. Diese Ruhe, so diese Spannung gerade. Hm. Schön. Okay. Tobi, kannst du jetzt? Nee. Was ist da los? Tobi, kann ich? Schade. Das finde ich gut. Ne? Kann man mal machen. Ja, finde ich super. Hm. Ich habe dich gefragt. Denk dran. Denk an diesen Moment. Ja, das ist nicht so. Oh, ein Glück. Mann. Tobi, was los? Nee, ist nicht. Nein, ist nicht. Nimm ein paar Karten zur Beruhigung. Alter, ich fass gleich meine Karten im Arsch. Geh mal Karten schnüffeln jetzt. Es tut mir leid, Curry. Ich habe die leider gezogen gerade. Nehm ich so an, ist okay. Ist okay. Oh, oh. Ja, es ist das ja. Was soll das denn? Bahn! Ist aber gut. Jawohl. Okay. Super. Finde ich nicht so gut, aber... Scheiße. Oh, schön, schön. Alles klar. Tobi, dat war... Und jetzt kommt noch mal eine. Ja, war klar. Mann, Erik. Ja, was soll ich machen? Scheiße. So wie hingekackt und hingeschissen, so. Ich kann doch auch nichts dafür. Pan, kannst du... Mach doch einfach. Mach einfach irgendwas. Okay. Hä? Hä? Was? Hä? Ah, der Curry hat eine Viererkarte. Der Curry hat eine Viererkarte. What the fuck, Alter? Die sich behalten will zum Schluss. Oh, scheiße. Ja, das ist meine Taktik. Du hast mich aufgedeckt jetzt. Ja, das ist auch richtig so. Oh, das ist aber nett. Ich sehe das auf deinem Channel gerade. Ja, eben. Nice. Alter, Pan, man soll das denn? Das ist doch nicht wahr. Danke, Pan. Wenn der Curry über mich gehen will, um den Erik-Teil voranzukriegen. Was? Nee, entweder über dich oder Tobi. Ja, ich weiß. Oh, Tobi, cool. Tobi, was soll das denn? Das war doch extra jetzt, oder? Guck mal, wir da oben stehen mit seinem Avatar. Keiner Drecking. Hey, ich bin der Erik. So. Auch war ein Tobi. Hey, der Curry. Ja, ich bin bereit. Alter, Pan, ernsthaft? Der arme Tobi, was soll das denn? Das musst du ihm erklären. Was? Oh, Mann, wie gemein. Jawohl. Volle Bulle, Mann. Alter. Selber schuld. Selber schuld. Wenn die Pan jetzt noch einen gehabt hätte, das wäre so geil gewesen. Geil. Ist du mir so leid? Oh, Mann. Geil gewesen. Alter, fick dich, Erik. Fick dich, Erik. Fick dich, Erik. Oh, das ist lustig gerade. Ey, das war so lustig. Ja, das stimmt, ey. Das ist lustig einfach. Äh, jetzt wird es weniger lustig. Pan, bitte. Das wird es weniger lustig. Oh, shit. Alter, Erik. Aber gar nicht mehr so lustig. Nein. Oh, Gott. Ja. Jetzt ist es gar nicht mehr so lustig. Alles klar. Jetzt ist es weniger lustig. Oh, ich bin es aber noch ganz lustig eigentlich. Alter. Alter, wat? Alter, wat? Na. Oh, fuu. Oh, fuu. Boah. Okay, alles klar. Oh, schön, ey. Alter. Oh, Tobi, ey. Geil, grün. Was ist das chillig? Oh, machen wir denn da. Oh, schön, danke. Na, toll. Ja, geil. Alles klar. Ciao, Tobi. Ah, das sind... Ach, stimmt ja. Ähm. Was denn? Ne, ne, schon gut. Ah, der hat die Hunde. Oh, hier, komm, sag. Ah, waaah. Der hat eine blaue, ich sag's euch. Der hat eine blaue. Kann der mal die Richtung wechseln? Ne, gerade nicht. Jawoll. Ah, der Curry, wat los? Richtig geil. Läuft. Ja. Alter. Und er hat gelb. Ne, ne, ne. Ah, ist klar. Der hat eine blaue gehabt. Sau. Hast du da merken? Tobi hat kein gelbe. Wann war das denn? Da war eine Mikrowelle. Mikrowelle, ja, geil. USB-Mikrowelle. Oh ja, oh ja, Erik, komm, hau rein. Oh, nein, nein, nein. Nein. Oh, toll. Er hat doch eh kein gelb. Ich dachte jetzt, kommt ihr was geiles, ne? Ja, ich wollte, ich dachte auf gelb. Ah, ist klar. Was ist da los? Okay. Okay, kein rot, kein gelb. Die Monokarten fliegen durch den Raum beim Tobi. Kein gelb, also blau oder grün, also ich sag ja. Ja, ja, ja. Blau, blau, sagt er. Warn? Ja. Nicht blau oder grün. Danke. Obwohl ich blau und grün habe. Egal, komm. Mann, Erik, ich hasse dich. Ich hasse dich einfach nur. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ja, komm, leck dich alle. Hattest du Geld? Voll, Tobi, voll, 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 voll. Auf geht's, Tobi. Jawohl. Schön, Alter. Jawohl, mach schön rot. Was soll das denn jetzt? Tobi, was soll das denn? Oh Mann, ey. Das ist bekloppt, ey. Oh nein. Oh nein. Tobi hat eine. Tobi hat eine. Oh, doch. Oh, blöd gelaufen. Ich hatte eine Karte, ey. Ist das euer scheiß Ernst? Ist das euer scheiß Ernst? Alter, das ist gut. Ernst, ich hab... Alter. Tobi, warte. Wie so eine rangeflogen kommt. Oh, oh, scheiße. Okay, jetzt müssen wir langsam wieder auf den Erik umschwapsen. Hä, machen wir. Ich hab langsam gesagt, Pan. Ich hab langsam gesagt. Pan, warum? Mann, fickt euch. Der arme Tobi, ey. Was soll das denn? Der Tobi hat jetzt auch noch eines. Was soll das denn, Pan? Lol. Lol. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Was soll da eigentlich für den Erik? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Äh, das stimmt noch gar nicht. Auch du mal wieder. Ah, danke, Pan, das ist echt nett. Ich kann aber nicht. Super lieb. Danke, Pan. Oh nein, der Tobi, der Tobi wird mir jetzt fett eine reinwürgen. Aber ich kann nichts dagegen legen. Alter. Ey, können wir nicht los? Alter. Alter. Ey, das ist so... Alter. 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 Das ist so scheiße immer, ey. Oh Mann, ey. Oh, das finde ich immer gut. Oh Gott, ey. Ach, Schmodo. Oh no. Das gibt's nicht, Alter. Hast du... Kannst du drauflegen, Tobi? Ja. Echt? Zwei kannst du? Ja. Oh ja, Baby. Der hat eh... Der hat aber bestimmt so eine Dings-Karte. Egal, leg die einfach. 14 oder sowas. Ja, 14 geht aber nicht. Ja, stimmt, stimmt. Nice. Geil. Nice. Ich weiß schon, ey. Fühlt sich das an, Erik. Ich weiß schon, ey. Scheiß-Gefühl, ne? Ja, Scheiß-Gefühl. Ja, Scheiß-Gefühl. Warum spielt ihr gegen mich? Ja, jetzt fängt er so wieder an. Was? Jetzt fängt er so wieder an. Das ist der Erik, den ich kenne, ey. Hier. Guck mal, zack. Oh, schön. Danke, Tobi. Alter. Ich kann aber nicht legen. Toll. Alle hassen mich. Aber ich musste Erik grad machen. Hier, Tobi. Hier, komm nochmal ran, ey. Oh, geil, Curry. Tobi, weißt du, wer's echt nice finde von dir? Den da. Ja, schön, danke dir. Hä, was? Oh, schön. Alles klar, ich geb mir einen Gyros holen, sag Bescheid und dann fertig sein. Oh, ich will auch Gyros. Nee, gibt's nicht mehr. Wir müssen die Richtung aber wieder ändern. Jawohl, danke Erik. Dann werd halt alleine fett. Tobi, könntest du drauflegen? Nein. Boah, ey. Ist doch egal, mach trotzdem. Diese Lache grad. Guck mal, das ist viel schlimmer jetzt, wenn er nicht legen kann. Guck mal. Okay, okay. Okay, jetzt müssen wir gegen Pan gehen. Aufgehen, Alter. Ah, nee, ich steh mich. Geil, und jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt sind wir wieder. Hallo, herzlich willkommen zu. Oh, ja. Ach komm, gönnen wir uns den Spaß. Jawohl, auf geht's. Gönnen wir uns den Spaß. Könnt ihr immer den Spaß. Wenn du daran Spaß hast, Erik, bitte. Hä, ich dachte, du hast eine. Na, sehe ich so aus, oder was? Ja, natürlich sehe ich so aus. Ja, komm, können wir uns den Spaß haben. Da muss noch was dabei sein. Oh nein. Kannst du fahren? Oh nein. Das wär nett. Erik? Ja, Tobi? Hä? Achso. Mach's los, Tobi. Scheiße. Nee, nee, schön gut. Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ohohoho. Ich dachte... Alter, Pan, das war's. Nie wieder Süßigkeiten. Kein Japanisch. Tobi wär explodiert. Tobi wär so was von explodiert einfach, ey. Alter. Äh? Alter, die Pan, ne? Die Pan. Pan? Dann find ich super. Hier. Alter, nee, ey. Ist schon ganz cool. Ist schon ganz cool. Hm? Tobi ist schon ganz cool, ne? Ja? Find ich aber auch eigentlich. Ist eigentlich richtig cool. Ja? Ah, geil. Mach mal grün da jetzt, komm. Okay, mach ich grün. Alter, du bist doch so... Alter, was... So, ist ganz cool, Tobi, ne? Ist ganz cool. Ich bin so doof. Ich zahle, ich hab kein Geld. Oh. Oh. Okay. Oh, ist doch nicht wahr. Jetzt machst du auch noch grün, weil der Tobi sich das wünscht? Nee, ich hab... Wenigstens endlich mal einer mit Ehre, Mann. Mit Ehre. Genau, das war extra. Mit Muschikraut aufm Kopf. Ah, iiih! Was ist denn Muschikraut? Ach du Ekelhafter, ey. Erklär mal bitte. Das ist wie Kresse. Ah, iiiih! Das wächst auch überall. Und schnell, ne? Ja, und schnell. Oh, nö. Ach komm, ey. Wir müssen Tarn zerstören jetzt. Ja. So doch. Es wird Zeit. Ich hab leider nichts zum Zerstören. Oh nein. Das darf doch nicht wahr sein. Also ich hab keine Karten, wo ich irgendwie was machen kann. Ihr müsst die Richtung machen. Blaue, bloß zwei. Jetzt komm, Erik. Na komm. Komm, hast du. Ja geil, das ist mal ne Ansage jetzt. Ich hab doch nur noch Scheiß hier auf. Jawoll. Das ist mal richtig nice jetzt. Sehr gut. Alle im Fokus. Ja! Ja, nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Meine Maus ist einfach automatisch rechts. Der Curry ist bestimmt schon unten rechts gegangen. So, weißt du. Das ist da eben. Scheiße. Okay. Das passiert mir nicht normal. Das passiert mir nicht normal. Das passiert mir nicht normal. Und wir rechts einfach drrrrrr. Und wir rechts einfach drrrrrr. Ja. Alter, ernsthaft? 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 Warum? Warum? Ich könnte nichts anderes legen. Ich könnte nichts anderes legen. Ich könnte nichts anderes legen. Ja. Das zieht uns voll ab hier. In zwei Minuten voll. Ja komm, mach's wieder bloß zwei. Oh. Hey, Mann. Nein. Oh, ich dachte gerade. Ah, hier. Lalalala. Voll schön. Diese Urlaubsmusik ist echt schön. Ja. Ist echt entspannt. Jetzt fängt die schon wieder mit Rot an. Ja, die Musik ist echt gut. Kein Rot. Nimm Gelb, komm. Jawoll, auf geht's. Mann, jetzt fängt er mit Grün an. Auf geht's. Ja wunderbar. Was war das denn? Was war das denn? Tobi? Tobi? Ja, und war das? Tobi? Ist er die Unterhose gerissen? Der hat eine Spontan Latte gekriechen, ey. Ich bin so dumm. Alter. Ich kann nicht mehr. Was war das, Alter? Was war das? Das war meine Kekspackung. Deine Kekspackung. Ja, ja. Hier, Schatz, meine Prinzenrolle. Du kannst auch die Schokolade ablecken, ey. Hä? Aber die gibst du auf der Rückseite, was? Hä? Okay. Ja, schön, ey. Oh ja, blau. Aino, komm. Gott. Was ist los? Ugh. Den Dim Tamilokriti. Den Kim Middle Shang". Uh. Oh, auf jeden Fall, Alter. Ja, was denn sonst? Okay, da müsstest du aber auch erinnern. Er hat Grün. Ähm... Grün. Ähm... Hä? Warte los! Pan! Pan, warte los! Ich war... Ne... Ey, du willst mich verarschen, oder? Es gab bestimmt keine andere Möglichkeit. Jawoll, Tobi, das ist mein Mann, Alter. Da-da-ba-ba-ba-ba... Er hat aber eh ne vier Ziel oder so ne Wunschkarte. Nice Pan! Nice! Warte mal, warte mal. Sehr gut. Der ist... Joaann bin ich ruhig so lang weiter, wie es geht. Der Ding ist es, er kann eh legen. Ich hör das schon. Ja, er kann ja wirklich. Ja, ich ich... Oh Mann ey... Hast du, hast du was zum legen! Pan? Grün! Ich sachte grün! Ja, ich kann mich ändern. Das ist noch ne Chance Toll, toll. Jetzt muss ich ziehen. Geile Chance. Bleib bei Rot, bleib bei Rot. Geile Chance... Der hat eh gewonnen, ich krieg all der vier jetzt, Mann. Wie denn jetzt? Da, ganz grün! Ich hab nur gesagt, bleib mal rot! Hey, aber der grün hat Pan gesagt. Ja, ich bin jetzt gerade nix mehr, Scheiße. Hör auf, Alter! Hör auf, Mann! Ich nehm vier jetzt, vier, vier! Komm, Tobi, komm! Ich nehm die Vierer! Die Vierer, komm, Tobi! Oder zwei jetzt, zwei jetzt! Ja! 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 Ja, Tobi, geiler Mann, geiler Mann, Alter! Geiler Mann! Peter, die ganze Lalalala! Sie haben sich gegen mich verschworen, Mutti! Es hat doch Tobi, was soll das denn? Oh Gott sei Dank, nice, nice, nice! So! Lalalala! Tobi, äh, Tobi, kannst du Tobi? Scheiße! Voll gegen die Spielregel einfahren! Nein, Pan, nein, lass es! Lass es! Mach es, Pan, mach es! Pan tue es nicht! Lass es! Es macht Sinn! Es macht auf jeden Fall Sinn! Es wird sonst zu gefährlich! Ich weiß gar nicht, worum es geht! Es ist echt nett, was du über Nacht hast, Pan! Das wird gut nett! Finde ich super! Nur einmal jetzt! Nur einmal jetzt! Okay, Blau hat er auch nicht! Er hat ne 4-10-Karte gehabt! Oder ne Wunschkarte! 100 Pro! Ja, irgendwas muss das gewesen sein! Guck dir, wie er auf sein Profilbild da guckt, ne? So original! Ja! Dann, was? La-la-la-la-la! Es ist wie für ne Parkie bei mir auf den Karten, ey! Was ist los bei euch, ey? Ihr seid so gehässig! Ihr seid so gehässig! Ich bin ja ganz gemütlich hier gerade! Tobi, das kannst du ja immer machen! Das ist okay! La-la-la-la-la-la-la-la! Pando muss legen, nicht ziehen. Mann, Mann, was ist los? Das ist ja schön. Okay. Jetzt sag mal. Ernsthaft? Nein, nein. Ernsthaft? Mann, boah, Alter. Hör auf, warte, ich bin noch zwei. Nimm noch ein paar, komm. Ja. Nimm einfach noch ein paar. Das ist mal großzügig. Och, Mann. Ja, ich hab auch schon. Tobi, was brauchst du? Ist egal, mach einfach. Nicht, dass es blöd zu kommen. Mein Gott. Das geht auch. Nein. Du bist doch so. Alter. Was denn? Du hast gesagt, ist egal. Hä? Ist egal. Ist egal. Ist egal. Na gut, wenn du es so nicht haben willst, mach mal so. Erik, Erik. Alter. Hä, du beschwerst dich immer nur. Ich bin auf, ich bin gerade gerade dran. Tut mir leid. Ja, geil. Jetzt bin ich gefickt. Ja, leck mich doch einfach. Was? Oh. Ja. Ach, schade. Ich hab gedacht. Dankeschön. Dankeschön. Ich hab gehofft. Ich hab gehofft, du würdest es... Alter. Und jetzt geht wieder... Oh Gott. Tobi, was los? Äh. Äh. Alter, wer wünscht dich denn blau? Ich, Mann. Clever Junge. Ärgerlich. Einfach nur ärgerlich mit dir. Einfach nur ärgerlich. Oh nein. Der Fahnen hat auch eine. Ich find das aber auch echt voll kacke, muss ich sagen. Ach komm, ey. Können wir nicht alle mal. Wenn der jetzt eine hat... Oh. Ah, ja. Das wär's gewesen, Alter. Da wär ich rausgegangen. Der Tobi war auch schon ruhig. Da wär ich rausgegangen. Jawohl, Tobi. Geil. Tobi, was soll das denn jetzt? Ich tu dir nie was, ja? Hm. Ja, alles klar. Lass mich in Ruhe paren für heute. Oh nein. Tobi. Was? Oh, was? Alter Tobi, alles klar. Lass dir die Kekse schmecken. Jawoll. Nee, machen wir lieber nicht. Warum denn nicht? Ich hab... Ich hab... Ja, ich... Nee, ist alles Taktik hier. Ich hab überhaupt nachgedacht, aber ich meinte... Ach so, okay. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Okay. Alle Taktik? Alles klar? Ja. Oh nein. Ja, das wär echt schön. Neun. Ich hab mich grad schon gefreut. Nein. Oh Gott. Oh ja, der Nier. Kann man ja auch mal machen. Kann man machen. Kann man wirklich mal machen. Alter, Pan, warum? Der hat doch, oder? Der hat doch. Oh. So ein miststückiges Miststück. Ja. Hashtag Pan riecht streng. Du warst aber auch schon mal kreativer. Aber es war nie wahrer als heute. Warum ist der Tobi so ruhig? Da macht mir Angst. Was soll die Scheiße jetzt? Was soll ich... Curry. Harten Alkohol brauche ich. Harten Alkohol brauche ich. Ist das dein fucking Ernst? Ja. Ich brauch richtig harten Alkohol. Oh nein. Oh Gott. Ich kann diesen Stress nicht mehr ab. Alles nicht wahr. Ey, das ist doch einfach alles. Kann man heute noch die Farbe wechseln jetzt? Okay. Nee, nee. Scheiße. Mann, ey, was hab ich dir getan? Ich konnte nichts anderes machen, der Curry ist. Was geht denn? Curry gewinnt halt super. Mit deinem fucking Grün, Alter. Ey, willst du mich verarschen? Du bist dran, du Arschloch, Alter. Ich kann nichts machen mit deinem Bastardgrün. Ey, ich zeig dir gleich mal Bastardgrün in dein Gesicht, man. Guck mal hier jetzt. Fucking Uno, man. Leck mich. Ah, geil. Uno, Uno. Klassenfahrt nach Knie wird zum Beispiel... Alter, das darf man hier. Tobi hat eh eine Karte. Komm, drop. Komm, Tobi. Geil, geil. Richtig geiler Typ. Komm, Tobi, mach. Alter, ernsthaft. Was? Ernsthaft? Boah. Alter, ciao. Ich bin raus. Die kaufen mir nicht mehr an mich. Was? 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 25, 26, 26, was? Was kann ich auf? Oh, mein Gott. Alter, ernsthaft? 26 Karten? Oh, mein Gott. Tobi. Oh, mein Gott. Tobi. Oh, mein Gott. Das ist doch nicht wahr. Oh Gott, war das knapp. Alter, schwerer. Und der macht die ganze Zeit Uno. Der macht die ganze Zeit Uno und ihr spielt gegen mich. Oder was? Hä? Keiner spielt gegen dich. Ja, geil. So viel zu dem Thema, weißt du. Nee, ist doch nicht egal. Ja, toll. Jetzt kommt er gleich mit einer roten. Okay, doch nicht. Er hat keinen rot. Curry hat keinen rot. Ja, jetzt wissen wir gleich, was er hat. Aha. Nein. Wir wissen, dass er keinen rot hat. Wir wissen aber nicht, ob er blau hat. Das wissen wir einfach nicht. Es wäre dumm, blau zu sagen und dann hat er keinen blau. Das wäre irgendwie vorbei. Äh, doch, weil er weiß genau, wir wechseln. Er hat keinen rot. Er hat keinen rot. Er hat keinen rot. Ja, ja, ich wollte auch rot nehmen. Ich habe nur gewartet, was er... Oh, okay. Oh Gott. Jetzt hat er gleich rot. Pass auf. Super. Danke dir, Tobi. Ich würde gerne wieder zurückdrehen, aber es geht ja da nicht. Okay. Kann doch nicht sein, Alter. Ernsthaft, er kriegt bei der ersten Karte rot. Krieg ich auch, aber trotzdem. Er hat keinen rot, denk dran. Er hat keinen rot. Oh. Nice. Oh, schön. Oh, sieht besser aus. Der Curry sieht auch aus wie Gustav Gunster. Der muss ihm nur noch einen grünen Hut kaufen. Nice. Oh, Mann. Komm, bitte Pan, bitte nicht. Oh, nein. Oh, okay. Aber Gelb ist scheiße. Ja. Toll. Hä? Achso. Gelb ist einfach richtig scheiße. Ja, geil. Komm. Ja, geil. Uno. Oh Mann, ey. Ja, schön. Richtig schöne Farbe. Grün. Ja, machen wir erst mal so. Jawoll, machen wir erst mal so. Komm, machen wir erst mal so. Tobi, komm, hau mal raus da. Jawoll, Tobi, geiler Typ. Nice, jetzt kommt eh wieder irgendeine fette Imba-Karte. Mhm. Alles klar, ich geh mich schon mal eingraben. Ja, geil, super, schön. Alter, Tobi, willkommen im Club, Alter. Mann, hätt ich doch die scheiß 2-10-Karte gelegt dran. Willkommen im Club, Tobi, Alter. Willkommen im Club. Oh Gott. Oh Gott. Es ist viel lustiger, wenn's einem nicht selber passiert. Ahaha. Oh Mann, ey. Oh, schön. Find ich auch. Oh Mann, ey. Oh, ja, das ist äh... Hast du dir selbst zuzuschreiben? Ich hasse, ich hasse diese Frau, ich hasse diese Frau. Ich weiß. Wollen wir nicht einfach danach gehen, wer die meisten Karten hat? Hä? Hätte Eric jetzt gewonnen? Ja. Oh, danke, Pan. Ernsthaft, Pan? Das auch noch? Mann. Ach, es ist ja egal, was ich lege. Ich hab ja genug. Ich kann alles legen. Oh boah, komm, Alter. Aber... Äh... Ja, da müsste ich wohl dann doch mal das hier legen. Es ist einfach anstrengend. Es ist so anstrengend, ey. Mal das hier machen. Pan, warum? Ja, wie? Warum? Behalt sie doch wenigstens, weil's wieder so ne Runde kommt, damit du safe bist. Aber nein, du lebst sie gleich. Was ist los? Achso, behalten! Was hab ich dir getan? Ich hab keinen Schatz, Idiot! Was? Boah. Ach, Alter. Ähm, warte mal. Du schläfst nur noch auf der Couch. Du schläfst nur noch auf der Couch. Du schläfst nur noch auf der Couch. Nee, du schläfst nur noch auf der Couch. Nee, du schläfst draußen im Garten. Kannst du mal gucken. Alter. Du kleine Häusse. Du kleine Häusse, ey. Du Bastardfrau. Das hat er nicht gesagt. Oh, Gott, ey. Ist das ein Träumchen, ey. Das ist eh ein Träumchen. Alter, die Karten springen immer hin und her. Ich kann die Karten nicht auswählen, weil die Karten hin und her springen. Warte. Ich kann die eins nicht auswählen, was? Willst du mich verarschen? Ich konnte die Karte nicht legen, weil die Karten links und rechts springen, weil ich zu viele habe. Was soll das denn? Hey, du hattest aber vorhin schon mal 25 mal sehen. Das ging. Aber ich konnte die beiden die Karten jetzt nicht wählen, weil die springen immer genau in der Stelle. Ja, ich hatte es vorhin auch gehabt. Wie? Ich kann die nicht legen. Weißt du was? Fuck it, ey. Okay. Wie bescheuert ist das? Boah, jetzt habe ich, ich habe sogar richtig Angst. Aber was muss ich machen? Ich habe mal Geld. Die eine Geld. Fitts mich verarmen! Oh Gott. Oh Gott. Komm, wir gehen schon mal runter. Ich baue heute noch einen Rechner hier unten ab. Ich will dich ja nie wieder sehen. Oh Gott. So. Reicht. Es reicht. Warte mal. Man kann es auf die Spitze treiben, aber... Alter, wenn ihr jetzt noch eine 4er raushaut, dann ist die echte Königin. Und ich komme nicht auf die fucking grüne Karte. Es ist genau die grüne Karte, wo ich nicht rankomme. Oh Gott. Ah, mit Tastatur kann ich die wählen. Okay. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. So, dann leg ich es nochmal für... Alter, ernsthaft Pan, warum? 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 Ich frage einfach nur warum. Gib mir doch mal Antwort. Warum? Sag mir einfach nur warum. Weil ich noch eine Karte ziehen wollte. Gehen wir nochmal an. Ich habe zwei fucking Karten. Spiel doch mal gegen den, Alter. Den ging ja nicht, Mann. Oh Gott, ey. Ich habe alles, aber keine grüne Karte. Ich auch nicht. Tobi, es tut mir leid. Kein Ding, kein Ding. Passt schon. Oh mein Gott. Komm, Alter. Wie viel Glück kann man haben? Der hat eh gewonnen, weil der schon wieder so hässlich lacht. Ach klar. Der pfeift doch schon wieder beim Lachen, Mann. Ja, auf jeden Fall. Hier, komm. Oh, danke Tobi. Oh nein. Das ist nett. Oh nein. Das ist ja nett. Hä? Oh. Finde ich super. Dankeschön. Tobi, sei nett von Ihnen. Dankeschön. Das ist nicht so gut. Jawoll. Super. Geil. Das ist auch super nett. Das ist auch super nett. Aber ich habe genug. Das finde ich jetzt nicht so gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, Mann. Bleib bei blau. So. Ja, blau ist gut. Hm. So willst du bleib bei blau? Achso, hä? Achso, okay. Schön. Schön, danke Tobi. Blau ist gut. Puh. Ich habe das ganze Zeit auch gewartet, dass da was kommt so, weißt du. Hä? Wie, wieso darf ich die Karten nicht? Achso, oh, ich bin... Entschuldigung. Was denn? Ich habe gerade was total verpeilt. Oh. Oh Gott. Nein, ey. Ich frage einfach gar nicht. Kannst du dich gegenlegen? Nein! Und ich frage einfach gar nicht mehr, warum. Ich frage es einmal nicht mehr. Soll ich das spielen, dass du gewinnst? Ist vorbei. Ist das lieber? Nein, ist vorbei. Ja. Ich sprich mich heute nicht mehr an. Ja, geil. Recht so. Gut. Ja, ist es. Das ist ja schön über Mario Kart. Ja, ist echt so. Ist echt so. Viel weniger Aufwand, Alter. So. Oh Gott. Ich werde die Karten nie wieder los. Doch, jetzt. Tobi, danke dir, Mann. Schade, ich würde gerne noch mal umgehen. Ich kann nicht. Ah, schade. Jetzt fängt er wieder mit Rot an, Mann. Hey, Tobi, sei nicht so frech jetzt. Hey. Ach, ich bin. Achso. Ja, 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 ja. Mann. Blau ist Rot. Und grün ist Gelb. Ja. Was? 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 Was glaubst du? 100% hat er jetzt Gelb. Oh nein. Nein, nein. Oh. Hä, er kann direkt widerlegen? Ach, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Glück kann man haben? Blau ist Rot und grün ist Gelb. Alter, Maul. Gelb ist Blau und ich brauche Rot. Oh, was soll ich machen? Ja, ich muss. Der hat gewonnen wahrscheinlich. Nein. Oh, Gott sei Dank. Ich kann nur mit dem Arsch sein, dass Curry gewinnt so, weißt du? Ja, ja. Oh. Oh Mann, ey. Huiuiuiuiuiui. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Klar. Die staatliche Regierung zwingt dich dazu. Was willst du von mir? Ich muss es tun. Ich verliere das von mir. Du bist ja auch verhalten für die Zweierrunde, Mann. Oh Gott, ey. Ich sag nichts. Für die Dame, ich bin wieder Single. Ja. Ich hoffe, die Musik ermutigt sie dazu, mir zu schreiben. Ja, ist er. Ist er. So. Oh Mann. Ich muss gleich mal wieder mein Profil auf Elite-Partner ausfüllen. So haben Tobi und ich uns damals kennengelernt. Ja. Tatsächlich. Das war schön. So. Äh. Oh nein. Nein. Der kann legen. Oh. Also gelb. Wir müssen mal bei gelb bleiben. Nein. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was? Was? Wir bleiben bei gelb. Panekleine plus zwei. Was ist denn hier los? Oh geil. Oh nein. Er hat die Eins. Oh nein. Ich bin die Eins. Ich würde die gerne woanders hinlegen, aber es geht leider nicht. Oh mein Gott. Oh nein. Das ist geil. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Alter ist das ne Scheiße. Aber wir bleiben bei gelb. Oh nein. Er hat die grüne, oder? Ich würde sagen, wir bleiben bei gelb. Ja. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann, Alter. Puh. Du musst beide ziehen, aber das war's wert, ey. Oder vier. Oder acht. Eine. 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 War's das wert? Oh Gott. Wir müssen, wir müssen die fucking Richtung ändern, Alter. Ohne Scheiß. Gut. Dann bleib bei gelb. Bleib bei gelb, Pan. Bitte. Ja. Alles klar. Ja. So. Du, 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 du. Warum? Warum bist du so scheiße? Mann, ich... Mann. Ich glaube, wir bleiben bei gelb. Ja, toll. Oh Mann, Pan, ey. Ich bin noch fertig. Oh ja. Ja, was nun? Wie, warum? Ja, wie? Wart nun? Ihr wollt unbedingt, dass ich bei gelb bleib? Nein. Nein, scheißegal. Tobi will das nicht. Oh ja, das war so klar, dass der alte Giftzahn wieder so ne Scheißkarte hat. Curry, warum bleibst du nicht bei gelb? Hey, der muss ziehen, Mann, ich hatte keine gelben. Verdammt. Ja, das ist ja bei mir auch die ganze Zeit so scheiße. Hör auf die nicht, Mann. Die labert eh nur scheiße. Jaja, auf einmal, Tobi. Alter, ernsthaft? Geht's wieder los? Okay. Viel zu wenige. Er bleibt standhaft. Er bleibt standhaft. Er bleibt standhaft. Er bleibt standhaft. Wir haben Spaß. Diese Musik, ich hasse alles inzwischen an diesem Spiel. Oh Mann, Alter. Oh, jawoll. Es geht wieder. Ja, Karma Bitch. Ja, nice. Jawoll, Karma Bitch, Alter. Kann ich mit leben. Trotzdem Karma Bitch. Ich muss vier ziehen und hab immer noch weniger Karten als du, du Opfer. Verdammt. Oh nein. Paaren bitte nicht. Oh nein, sie hat sie. Sie hat sie. Nee, nee. Ich krieg vier jetzt. Oh. Ich krieg vier jetzt, ey. Ich konnte gar nichts anderes machen. Ich krieg vier, ey. Okay. Oh. Oh, schön. Alter, wir waren noch krass. Wir sind hier keine Freunde. Alter, wir waren fast durch. Wir sind sowieso keine Freunde mehr. Wir sind hier keine Freunde mehr. Das ist vorbei. Das ist vorbei. So. Alter, was ist hier los, ey? So. Leg mal das. Warum? Was soll denn die Scheiße? Jetzt sieht er wieder ne 4-10-Karte kommen. Okay, bleib ruhig, ja? Bleib einfach ruhig. Die Atmosphäre ist schön dann gerade so. Ja, ist echt toll. Keine Freunde. Hast du gesagt. Nee, keine Freunde. Nee, keine Freunde. Oh nein. Nee, wir sind absolut keine Freunde. Keine Freunde. Nein. Nö, keine Freunde. Nein, wir sind keine Freunde. Hier. Oh Mann, ey. Du weißt aber, dass ich zwischen Spiel und L nie unterscheiden kann. Das weißt du mehr. Ja, das weiß ich. Keine Freunde mehr. Ich hab so viele blaue Flecken an meinem Körper. Boah. Noch genug anscheinend. Alter. Alter. Schreibst du dir unter jedem blauen Fleck das Spiel? Mario Odyssey. Mario Odyssey. 27 Oktober. Uno. Weißt du? Alles klar. Was ist das? Na, super. Was ist das? Was? Ich muss da auch immer gucken, ey. Sechs 9. Mal gucken, wo der Strich ist. Oh, das ist doch nicht wahr. Ach komm. Na also. Nicht schwanger. Oh, ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alter, wollt ihr mich verarschen? Puh. Diese Runde wird niemals vorbei gehen. Niemals. Ich wünsche mir irgendwas. Ich hab alles. Ist das doch die endlose Hunde, ja, ne? Ja. Fällt kaum auf. Hey, guck mal Tobi. Hammer. Bist du aber nett. Kannst du mir gleich noch deine Plus 2 einziehen kannst. Ich spiele Tobi in die Karten, damit der gewinnt. Kannst du mir mittlerweile auch gleich deine Zweierkarten da reindrücken. Deine Vierer. Ahhhh. Geil, Tobi. Geil. Mach ich. Ich weiß es. Du hast das nicht ohne Hintergedanken gemacht. Doch, eigentlich schon. Das ist ja das Traurige. Von hinten. Die Jahre vergingen und sah untern raus. Na komm. Ich tu mir leid. Es tut dir nie leid. Verdammt. Boah, die Musik. Die chillt ein bisschen. Das ist ein bisschen zu piepchen. Hätten wir nicht so eine entspannende Musik, die hätten wir uns alle verprügelt jetzt. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Echt? Macht die Musik nach Dauer nicht aggressiv irgendwie? Hä? Wenn man zu lange zuhört immer. Bist du verwirrt gerade. Ich konnte nicht anders. Da kommt jetzt wieder vom Paden. Ja. Natürlich. Natürlich. Sorry. Du kannst auch auf behalten klicken, Paden. Da ändert sich auch nichts, ne? Weißt du. Kann ich dann weiterziehen? Ja. Nein. Anna, ich möchte ganz kurz auf Tobi in weisen. Das zählt als Zug oder was? Ja. Ja, geil. Sauber. Da hat nicht einmal jemand gesagt. Schick mir doch mal ein, Alter. Kann doch nicht sein, Alter. Vorhin als Pan diese eine Drehkarte gelegt hat. Auf grün, ne? War ich schon so happy, weil ich hatte nämlich grün gehabt. Dann kam Erik, er hat auch noch eine Drehkarte. Ich hatte diese Momente auch, Tobi. Ich hatte die auch. Glaub mal. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Ich will gelb. Okay, Tobi. Aufs keine Eigentoren, weil Erik bestimmt irgendwas geiles hat. Was ist jetzt wieder los? Oh man, Alter. Oh Gott. Komm Körri, mach schon. Was willst du? Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Wir spielen uns vor 42 Minuten. Alter, es nimmt kein Ende, einfach. Diese Runde nimmt einfach kein Ende. Sieht sehr voll an uns, ey. Oh mein Gott. So, geht leider nicht anders. Jaaa... Fuck you. Aber ich seh mir jetzt drei Karten noch. Ich dachte gerade, sie könnte liegen, ey. Ja, das wär schön. Diese Ruhe. Hast du noch ne Gelbe? Jo, dankeschön. Was? Ich? Sehr lieb. Oh nein, Tobi hat auch eine. Tobi hat natürlich auch eine, Alter. Oh nein, oh nein. Bleib mal blau, bleib mal blau, bleib mal blau. Oh mein Gott. Meinst du, er hat blau? Nein, aber... Der wird blau haben. Vielleicht hat er ich blau. Was soll das? Bleib mal blau. Was? Oh jetzt. Curry, was machen wir jetzt? Oh Gott. Die Musik hat sich geändert, oh scheiße. Wirst du ernsthaft, dass Erik gewinnt, Curry? Das ist eine völlig neue Situation, was soll ich tun? Vorhin auch alle, nur nicht der. Okay, Tobi, hier, komm. Mach irgendwas Geiles. Ja, geil, Erik hat ihr gewonnen jetzt. Ciao, Freunde. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Von 26 auf 0. Von 26 auf 0. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. So, schnell Folge melden. Oh, Alter. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der letzte Folge.